Wer den Mensch kennt, liebt die Tiere. Das ist richtig. Wo sehen Sie die Probleme? In Deutschland. Dass immer mehr Ausländer hereinkommen, das finde ich nicht so schön. Aber ändern können wir kleine Menschen ja eh nichts. Aber wenn sich viele kleine Menschen, kleine Männer und kleine Frauen, zusammentun und einen starken Großen werden, dann könnte man natürlich etwas verändern. Das ist richtig. Diese Vermischung der Rassen, die passt auch nicht zusammen. Und das sieht man dann im Schäferhund. Das ist eine reine Rasse da. Und wenn Sie den Schäferhund jetzt mit einem Dackel mischen, was kommt dann dabei raus? Ein Schäferdackel? Und wie sieht das aus? Lustig. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, es würden sich zwei Schäferdackel miteinander paaren. Da kommt doch nie wieder ein Schäferhund raus. Da ist doch der Schäferhund dann vollkommen verloren. Richtig. Die Rasse ist doch weg. Ja. Und das ist doch das, was gerade in Deutschland passiert. Genau.